Norddeutscher Rundfunk 2021 Es geht um die Literatur der weiten Welt. Herzlich willkommen zur Eröffnung des 14. Internationalen Literaturfestivals in Berlin. So, achso, der Schreibt. Kommen Sie rein. Ich muss etwas schreiben, um etwas zu schreiben. Müssen wir danach streben, im Verhältnis zu unseren früheren Gegnern oder Feinden eine Kultur oder Kulturen des Vertrauens zu schaffen? Zu Gast sind fünf Aktivisten, die alle auf dem Maidan aktiv teilgenommen haben. Einer meiner jungen Kollegen sagte, ich habe noch nie etwas so kräftig gelesen. Willkommen in Berlin, David Vettel. Mit ihm voraus zielte, weiter hinter, bachste in die Luft. Die Piroge stürzte ins Bodenlose. Zeigte sich am ehesten als eine Serie von Fantasie gebildet, aus denen zwischen den Zeiten... Ich denke, du kannst auf Looking at the Sky. Über die verschiedenen Levels, was Computerspiele mit uns machen und mit der Gesellschaft, was sie reflektieren. Und ich hoffe, dass Sie jetzt Antworten kriegen auf nicht gestellte Fragen, die Sie trotzdem interessieren. ... ... ... ... ... ... Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018